Ich bin Pilot, Kapitän, der Hospitality Ambassador and Trainer, Capital Manager bei Discover. Ich bin im Produkt- und Marketing-Team, bin im Controlling-Bereich tätig. Ich bin Co-Pilot und fange jetzt hier bei Discover wieder an zu fliegen. Ich bin jetzt seit Mitte November hier dabei. Ich wurde mit offenen Armen empfangen. Es fühlt sich wirklich so an, als ob man schon viel, viel länger da wäre. Der Teamgeist hier ist absolut einzigartig. Ich habe es noch nirgendwo so erlebt. Es gibt keine geschlossenen Türen, es gibt überhaupt gar keine Türen hier. Und diese Offenheit liebe ich auch an Discover. Man schnappt sich die Themen, bringt sich ein, kann seine Ideen verwirklichen. Wenn wir hier jeden Tag die kleinen Erfolge feiern, ein erster Kurs ist beendet, ein System abgenommen, ein Tool implementiert. All das sind die Dinge, die uns jeden Tag ein Stückchen besser machen. Discover ist für mich eine Reise, bei dem viele coole Menschen, Persönlichkeiten und Kulturen zusammenfinden. Discover wird eine Firma werden, die es wahrscheinlich bis jetzt nicht gab. Für mich ist Discover freier Kaffee. Discover möchte gerne die Geschichte komplett neu erzählen. Bei Discover erleben wir jeden Tag den Drive einer jungen Startup Airline. Mit diesem Drive und neuen Konzepten wollen wir das Pferdefliegen neu definieren. Ja, besser geht es nicht.